Musik Es ist ein Idyll, eine Oase der Ruhe, großzügig und liebevoll gestaltet. Ein Ort, wo man die Seele baumeln lassen kann. Die CS Ranch von Michael und Corinna Schumacher. The American Way of Life in einem kleinen Schweizer Örtchen unweit des Genfer Sees. Also prinzipiell hat meine Frau schon früher als Kind Pferde gehabt und war immer begeisterte Reiterin. Hat versucht, ihre Rasse oder ihr Pferd zu finden, was zu ihrem Charakter passt. Nachdem sie verschiedene probiert hat, ist sie dann aufs Quarterhouse gekommen. Wir haben ja auch oft Urlaub in Amerika gemacht und haben dadurch natürlich die Pferde ein bisschen kennengelernt. Und der Charakter der Pferde ist einfach so, dass sie sehr ausgewöhnlich sind. Sodass man auch die Familie draufsetzen kann, mit gutem Gewissen und da kein Problem mit hat. Corinna Schumacher. Engagiert, freundlich und leidenschaftlich kümmert sie sich um die Raining Ranch. Es ist die größte private Anlage dieser Art in der Schweiz. Hier haben rund 40 Quarterhorses in zwei großzügigen Stallungen ihr Zuhause. Was das Raining angeht, das ist natürlich eine Sache, die gewachsen ist. Wir haben mittlerweile auch in Amerika eine Rennschub. Das ist eine große Sache, die sehr viel Spaß macht, der ganzen Familie. Und ich habe jetzt eben auch angefangen, die ersten Turniere zu reiten. Den Perfektionismus des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters hat seine Frau übernommen. Nur das Beste ist gut genug. Für die Zucht und Ausbildung ihrer Pferde ist Shorna Lacombe, eine der weltbesten Trainerinnen, verantwortlich. Die Australierin ist die Schwester des mehrmaligen Raining-Weltmeisters Martin Lacombe, der wiederum die CS Ranch in Texas leitet. Wir haben erst in der Natur den Genuss der Pferde gehabt und später dann festgestellt, dass es ja eben auch Wettkämpfe gibt mit diesen Pferden. Da gibt es unterschiedliche Wettkämpfe. Wir haben es für das Raining entschieden. Da gibt es seit sieben Jahren traditionell die CS Classic hier bei uns auf der Rennsch. Die SVAG CS Classic, ein absolutes Spitzenturnier. Hier nehmen die besten Raining-Reiter aus ganz Europa teil. Und auch die US-Szene ist längst auf die CS Classic aufmerksam geworden. Die Show genießt international einen hervorragenden Ruf. Nicht nur wegen der herausragenden sportlichen Bedingungen und der perfekten Organisation, sondern vor allen Dingen aufgrund der warmherzigen und persönlichen Atmosphäre und der beeindruckenden Ausstattung der Anlage. Über 1400 Zuschauer finden um die 95 mal 40 Meter großen Arena Platz. Die CS Classic, perfekter Raining-Sport gepaart mit einem launigen Unterhaltungsprogramm. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Im Rahmen dessen, dass wir die CS Classic hier laufen lassen, haben wir irgendwann mal darüber nachgedacht, wie können wir dem Sport ein bisschen helfen, wie können wir dem Sport ein bisschen interessanter und auch populärer machen. Und da kam dann der Gedanke, eine Prominentenveranstaltung zu machen innerhalb der professionellen Competition. Man sieht vorher die ganzen Profis, die da reiten. Und dann kommen dann auf einmal so fünf Deppen, die sich so gerade auf dem Pferd halten können. Und da war ich halt einer davon. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Leute hat es begeistert. Die fanden es gut. Und das haben wir seitdem fortgeführt. Das Ganze natürlich auch immer mit einem Hintergedanken für den guten Zweck. Das heißt, das Geld, was dann durch die Situation eingenommen wird, wird gespendet. Die SV AG CS Classic. Ein Ritevent der Extraklasse. Professionell und stimmungsvoll präsentiert von zwei engagierten Gastgebern. Corinna und Michael Schumacher sorgen dafür, dass der Reining-Sport Jahr für Jahr an Popularität gewinnt.